Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass man durch umweltbedingte Einflüsse, private Probleme oder Druck am Arbeitsplatz auf ganz normale Abläufe des Alltags gereizt reagiert. Wenn Sie diese Anzeichen auch bei sich entdeckt haben, dann... Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Mein Name ist Martin Schneider. Wie kann ich Ihnen helfen? Leiden Sie mal einen schönen guten Tag. Können Sie mich bitte mit der Buchhaltung verbinden? Nein, die Buchhaltung ist heute nicht besetzt. Erst morgen früh wieder. Dann melde ich mich nochmal. Danke. Ja, danke auch. Ja, dann rufe ich nochmal an. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, das Ganze bitte nochmal. Was? Nochmal? Okay. Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass man durch umweltbedingte Einflüsse, private Probleme oder Druck am Arbeitsplatz... Schneider? Hallo, ihr seid Liebchen. Soll ich beim Essen auf dich warten? Nee, du brauchst nicht mit dem Essen auf mich zu warten. Warum denn? Ich hab dir doch gesagt, dass heute ein Filmteam hier bei mir im Büro ist und dass wir einen Werbespot drehen. Dann ist es dir immer leid. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Tut mir sehr leid. Wir müssen das Ganze bitte nochmal machen. Okay. Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass... Man erlebt es oft, dass... Ja, lecker. Was? Ist der Kollege Hellmanns da? Nein, der Kollege ist nicht mehr hier. Gut, tschüss. Ja. 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 Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass... Man erlebt es oft, dass... Nein, nein, nein. Wie viel ist keiner? Wie oft denn noch? Ja, es tut mir sehr leid. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass... Man... Man erlebt es oft, dass... durch Unweltbedingte Hilfe, sie ist niemand... Hab ich das nicht gesagt? Wir müssen das Ganze nochmal machen... Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Selbsthilfegruppe Anti-Aggression. Man erlebt es oft, dass man durch umweltbedingte Einflüsse, private Probleme oder Druck am Arbeitsplatz auf ganz normale Abläufe des Arbeins gereizt hat! Hallo! 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 Mann! Mann! So eine Scheiße! Hallo!